Ola Fichl, ich bin jetzt hier am Innenministerium, da ist der König Ludwig oben. Das ist jetzt hier die Ludwigsmeide zum Sicherestor. Die Amerikaner haben ja damals gewonnen und wie gesagt, jetzt gehen wir da rüber. Mal schauen. Es ist schwer jetzt rüber zu kommen. Alle fahren da wie die Blöden rum. Letztens. Da brauchen wir also hier vielleicht bei Berlin hier. Weil doch heute die Rede vom Obama Deutschen ist in Berlin. Ich bin ein Berliner, aber der Obama ist ja ein Schenkel in Berlin. Hallo. Ja. Aber hier draußen, ich würde das auch nicht zeigen. Ich zeige es dir auch nicht. Das ist auch Wahnsinn. In der Hochburg, in der Residenz hinten, wo ja die Ministerpräsident ist. Da ist auch nichts. Ja. 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 Ja.